Das Problem ist, deine Mutter fragt mich was. Okay, sie fragt mich, soll ich die Haare so, meine Klamotten, soll ich den Schrank da hinstellen, wie ist der Teppich, wieso. Egal was ich sage, sie macht sowieso das Gegenteil. Von daher, lass mich in Ruhe, mach dein Ding selber, okay, sag wo ich hinkommen soll. Sie sitzt mit am Tisch und es ging um diese fürchterliche Lampe, ich möchte ihr eine neue haben. Und ich habe ihn gefragt, ob wir, und dann hat er gesagt, das ist eh schon entschieden, richtig? Nee, ich habe gesagt, ich gehe nicht mit, weil es ist ja egal, was ich sage, wenn ich links sage, sagst du rechts. Deswegen mache es gerne, such dir eine neue Lampe aus, aber frag mich nicht. Oh, perfekt. Perfekt.